Liebe Zuschauer, kennen Sie den Dual Fluid Reaktor? Wenn nicht, ist dies vermutlich kein Zufall. Auch ich wurde erst kürzlich von einem Mitstreiter darauf aufmerksam gemacht. Der Dual Fluid Reaktor, DFR, ist ein Kernreaktorkonzept des Instituts für Festkörperkernphysik IFK in Berlin. Das IFK bewirbt ihn mit herausragenden Sicherheitseigenschaften, extrem niedrigen Kosten sowie der Fähigkeit, Plutonium oder abgebrannte Brennstäbe aus Leichtwasserreaktoren in kurzen Zeiträumen zu vernichten. Kurz, die ganzen Nachteile der bisherigen Atomreaktoren sind damit behoben. Das Konzept ist bahnbrechend und es ist deshalb ungeheuerlich, dass es praktisch verschwiegen wird. Das Institut für Festkörperkernphysik ist eine Eigeninitiative von Kernphysikern und Ingenieuren, international vernetzt im Großraum Berlin und in Berlin selber. Es soll der Forschung aber, und das ist mindestens ebenso wichtig, auch der Kompetenzerhaltung dienen. In Eigeninitiative wohlgemerkt. Ich zitiere einen der Wissenschaftler. An den Universitäten wird keine Kernphysik mehr gelehrt, nur noch die elementaren Grundtatsachen im Physikstudium, aber halt ansonsten nichts mehr. Und wir sind halt daran interessiert, die uns interessierende Forschung und technische Entwicklung fortzuführen. Und deswegen führen wir das in Eigeninitiative fort. Zitat Ende. Liebe Zuschauer, hier zeigt sich die unverantwortliche Deutschland und sogar weltfeindliche Politik von Regierungen. Deutsche Ingenieure und Wissenschaftler, die gebremst werden, von Unterstützung oder Förderung ganz zu schweigen. Dabei ist jetzt schon absehbar, dass die Ziele der Energiewende nicht erreichbar sind. Nichts von diesen Zielen. Das Ergebnis sind am Ende Stromkosten von jenseits einem Euro die Kilowattstunde, und das bedeutet zwangsläufig die Senkung des Lebensstandards um einen Faktor 10, so die Wissenschaftler. Mit dem DFR kommt man auf Energiekosten von unter 0,1 Cent pro Kilowattstunde, was zu einer Steigerung des Lebensstandards um den Faktor 100 führt, wie die Wissenschaftler des IFK errechnet haben. Ich zitiere weiter das IFK. Also, man tauscht das Risiko von Kernkraftwerken gegen das Risiko der Armut. Und das ist bekanntlich das größte Lebensrisiko. Zitat Ende. Und das, liebe Zuschauer, sind eben keine Spinner, die da rechnen. Wenn Kraftwerkstechnik die gesamte Grundlage der Produktivität und der Kostenstruktur der gesamten Wertschöpfungskette darstellt, könnte dies zu einer Steigerung des Lebensstandards um den Faktor 100 führen. Sie haben sich nicht verhört. Dieses deutsche Patent einer sicheren, sauberen und nahezu unerschöpflichen Energieerzeugung wird von unserer Regierung totgeschwiegen und praktisch sabotiert. Mit Grund. Die ganze sogenannte Energiewende wäre mit einem Schlag sinnlos geworden. Ein Schlag ins Kontor der grün-linken Ideologie. Der ganze Windradmist könnte abgebaut werden. Es gäbe eine zuverlässige und unabhängige Energiequelle. Wäre dies wegen der geplanten amerikanischen Sanktionen gegen die am Projekt Nord Stream 2 beteiligten Firmen nicht geradezu geboten, damit wir unabhängig von amerikanischer Politik handeln können? Wie in der Presse zu lesen ist, interessieren sich jedenfalls andere europäische Staaten sehr für diesen Reaktortyp. Mit dem DFR-Patent ist natürlich auch der Klimawandel-Propaganda der Boden entzogen, denn dieser Reaktortyp der vierten Generation verursacht praktisch keine Emissionen. Bezeichnend, das IFK hat mit seinem Dual Fluid-Reaktor den renommierten Wettbewerb Green Tech Awards in Deutschland gewonnen. Das Projekt erhielt bei einer öffentlichen Umfrage die meisten Stimmen. Es sei jedoch von dem Wettbewerb ausgeschlossen worden, weil es als nicht grün genug eingestuft worden sei. Die ideologische Ablehnung der Chance der finalen Lösung der Energiefrage, die uns gleichzeitig eine Chance bieten würde, wieder auf internationaler Ebene technologisch mitzuspielen, wird nicht genutzt. Kann man das als Verrat an unseren Interessen bezeichnen? Dieses Land, liebe Zuschauer, wird ganz offensichtlich an die Wand gefahren. In allen Bereichen. Liebe Zuschauer, wenn Sie das auch so sehen, teilen Sie das Video und bleiben Sie aufrecht. Wenn Sie mich in meinem politischen Kampf unterstützen wollen, besuchen Sie meine Seite. Ich verspreche Ihnen, jeder Euro von Ihnen ist gut angelegt.